Hallo, wir haben zwei Ebenen gegeben, eine in Koordinatenform und eine in Parameterform. Und wir wollen wissen, wie ist die Lage dieser beiden Ebenen zueinander. Ich erkläre kurz das Verfahren und danach erkläre ich es ausführlich. Wir können die Parameterform zeilenweise hier in die Koordinatenform einsetzen und dann erhalten wir eine Gleichung mit zwei Variablen, nämlich R und S. Sollte es möglich sein, dass wir diese Gleichung zum Beispiel nach S auflösen können, dann können wir hier... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com